Geh deinen Weg gelassen und ruhig inmitten des Lärms und der Hast dieser Zeit und erinnere dich, welcher Frieden in der Stelle liegt. Die ersten beiden Zeilen der Lebensregel von Baltimore beginnen gleich mit einem Paukenschlag. Wie kann man im geschäftigen quirligen Alltag gelassen bleiben und ruhig seiner Wege gehen? Es ist schon merkwürdig, alle Zeiten haben in der Beschleunigung des Tempos einen Fortschritt gesehen. Menschliches und maschinelles Arbeitstempo wurden gesteigert. Autos, Züge, Flugzeuge sind schneller geworden. Mit rasanter Geschwindigkeit werden Menschen, Waren, Nachrichten von einem zum anderen Ort befördert. Zu welchen, zu wessen Nutzen und mit welchem Ziel? Natürlich ist Eile oft geboten, etwa bei der Versorgung von Kranken und Verletzten und der Abwendung von Not. Doch angenommen, der allgemeine Lebensrhythmus würde auf der ganzen Welt verlangsamt. Das Tempo reduziert und alle hielten sich daran. Das kleine Pflänzchenstille bekäme wieder eine Chance zu wachsen.